Tut mir leid, Mrs. Carey, ich weiß wirklich nicht, wo Ihre Schwester ist. Aber Sie müssen es doch wissen. Sie studiert hier an der Akademie. Ich bin nicht das Kindermädchen Ihrer Schwester. Sie war hier bei uns, um zu studieren, zu arbeiten. Und es war wirklich unmöglich, von ihr einfach so fortzugehen. Also, ich hab's Ihnen aufgeschrieben. Ihr Name ist Mary Ann Sanders. Sie wird jetzt seit drei Wochen vermisst. Ich mach mir Sorgen, weil sie blind ist. Blind? Sie müssen verstehen, wie viel Sorgen sich diese Dame um Ihre Schwester macht. Sie ist verschwunden. Wo wir auch hingehen, scheint es ein Geheimnis zu geben. Also bitte, falls Sie uns irgendetwas sagen können, das für uns eine Hilfe wäre. Ich hab es Ihnen doch schon gesagt. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ein paar Unterwasserfischer fanden ein Mädchen an einem Betonblock, festgebunden an den Füßen. Das war vor der Insel Monte Cristo. Ich möchte Ihnen abraten, das nochmal zu tun. Laufen Sie nicht allein auf der Insel, aber... Du hast gar keine Wahl, Giulio. Weißt du noch, was du getan hast? Wofür du auch bezahlt worden bist? Sie sind verrückt. Genauso verrückt wie er. Ich hab wirklich Glück, dass ich noch lebe. Das ist nicht Marianne. Das ist nicht Ihre Schwester? Nein.